St Allerzeit der Klinik Prozent und eine Riedelteinheit so will ich schon Euro wir sind so weit Hallor genau und wir starten hier diesmal wieder auf dem Server heißt in der Beschreibung wenn ihr es noch nie gespielt habt probiert eindeutig aus und ja jetzt geht's gleich los du wirst gleich jetzt aus ja natürlich weil da ist doch offene Waffe und das mag ich einfach eine Waffe bekommt immerhin Eisenhelm guckt irgendwas wo gibt es was zu schnabulieren Leoncraft sehe ich das war der der mich angesprochen hat wir haben jetzt Frieden gemacht denn wir wollen keine drei Teams bilden das ist doch eine Zumutung okay ich habe eine Steinax immerhin Schneider den vor mir Sternchen ich habe die Falle nein 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 ich bin ja er will ich auch tun ich hole mir tun dabei weil es so viele sind danke ist weg ich beschütze die sind sauviele drunter nice reinweilbar alle sau jetzt Steinschwert dann sind wir die Kings dann sind wir die Kings naja ja voll chain nice und noch chain für dich teilweise schau kurz her ja nicht in meinem Grund Entschuldigung dass du da so viele Sachen sind und ein bisschen Essen kriegst du auch gleich Teile hätte ich da von hinten Achtung von hinten von hinten nein schnell fliegt 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 ich drehe mich dann um er hat ein Goldband fallen lassen ja nein Geweck, 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 Lass mich, Lass mich, Lass mich lassen alles ja er hat neulich hier ist hier halt und von hinten Geweck, Geweck, Geweck ich glaube jetzt gehen wir echt mal jetzt Geweck, nein ich bin tot das tut mich weg zu gehen aber alle ich hab zwei Tiers ne einen 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 so was ich bekämpfe die einfach mal ne ja bitte 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 ganz wichtig Eisenhose oh es sind doch viele Leute gekommen nein Achtung einer kommt einer kommt einer kommt oder er bleibt stehen mit TNT in der Hand der Liede macht uns 20 willst du sie verschwinden und hast du dir die wieder setzen Achtung aber ich glaube es ist doch nicht so viel mit rechts gegen Schädel die Welt der Kerstin ist die beste Taktik so leitend verhandelt so war die Gare ab in die Karten damit hier mal nicht zu spielen kann das ist ja eine heiße und leider bist du schon weg aber sonst ist hier hat es immerhin so schlau gemacht war noch keine dritten in seine punkte hat er schlau gemacht es war noch keiner drinnen pass auf dass mal keiner kommt bitte ja mache ich wie nice ist das denn hier war keiner drinnen ich brauche ein Tier weit und breit sehe ich keinen vom Flughafen aus also aber erst zutiere ich mich ganz kurz das war die andere hierhin den Boden bräuchte ich noch schade nur 6 drübers ist ja gleich deathmeth ja das geht so schnell auf diesem hier ist noch eine Kiste auf dem anderen Dach also auf diesem niedrigen ich gehe gleich hin aber sonst zwei Eisenteile hast du in der Garage schon die Kiste? ne mache ich alles ach einer 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 kommt wohin wo von wo Richtung Flughafen also gerade von wo äh von vom Eingang aus rechts vom Gebäude aus ah da ich sehe er kommt ins Gebäude ja doch er kommt ins Gebäude rein er kommt ins er ist in der Garage er schaut die Trüe an so ich überrasche schön 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 ha 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 schnell 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 ja das ist der Tick des Überraschungsmoments schnell Cookie Bogen ich hab einen Bogen nice und es geht mit nice aber keinen zweiten Tier mehr schade trotzdem klein Schwert oder und du hast schöne Rüstung ich glaube nicht allzu viele haben wir jetzt schon Eisenschwert glaub ich auch nicht oh was für eine mega schnelle Runde wenn ihr mich jetzt sehen könnt wie ich hier wäre gerade fast aus schade dass du nicht mehr dabei sein kannst aber also ja aber das ist so schönes Zeug jetzt wünsch ich dir viel Glück und ich schreck dir die Daumen Konzentration hier ha 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 boah so eine kurze schnelle Runde und immer schön drauf denken nicht dich kennenlernen sondern die anderen kennenlernen oh meine Maus ist schon voller Schweiß ha 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 good luck at all ha 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 LeoCraft hier bist du ja doch wir kennen dich Thanks so und ja dann geh am besten gleich mal nicht auf LeoCraft auch wenn wir kennen wenn du kein Team bist aber so wo wort der legt wo was für ein lecker so ein lecker so ein lecker 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 die anderen wir kriegen sich auch nice du hast die die anderen verfolgen sich nice frisst und lass dir ruhig sein mit der Angel kommen sie daher ja Saccolino schade aber Angel ist definitiv nicht mehr so Leon Croft ha 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 ja schön und jetzt kill Leon Croft weil jetzt ein eins gegen eins ist es kein Ziel wir machen fair ja ok ja auch nice warte kurz noch ok nice fair ein ein Kuchen steht da haha er hat einen Kuchen hingesetzt du bist wirklich nett Leon Croft wenn du das siehst freut mich dass du dabei warst und vielleicht wenn du mal willst könntest du auch du kannst in die Kommentare mal gerne schreiben wenn du Lust hättest mal gemeinsam aufzunehmen dann würden wir mal vielleicht mit dir aufnehmen wenn du willst gut also epic battle und damit würde ich sagen es geht gleich los wir müssen noch kurz ja ihr freut mich ja euch ja richtig an das finde ich nice haha Janicke ja ja komm ruhig mal drauf weil es würde also wir finden es sicher auch mal lustig wenn mal andere mitmachen und warte ich schreibe auch ja ja kann man sich sowas nicht so und jetzt wünsche ich dir viel Glück und dich zu drückt dir wieder mal die Daumen geht das los go stopp ihr schreibt jo ich warte noch kurz einmal 3 minuten ja ok hat er lang gebraucht oh Bumskiller 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 no what what the fuck whoop aaa game ein Schwert doch game ein Schwert doch nein ich hab keine Leben mehr ja trotzdem du bist mehr Schwertskiller als er ja wenn ich keine Leben mehr hab bringt mir das alles nix jetzt kommt er mit dem TNT nein oh nein ich hab fast kein Leben mehr er schreibt was das ja h 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 das h 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 war ja dann wird vielleicht auch keine Städte ist so lange vor der Folge wie wir gedacht zwei Minutes Anteil der Runden also bis dahin musste ihn aber noch kennen oder ehrlich wie lange noch die du bist weg also das so was und das so bleibt manchmal man macht auch wenn man während des Spiels Teamkameraden findet dann kielte er einen sofort in der Welt sobald nur noch zwei Leute sind und nicht der oder irgendwas so was für mich schön wenn man dann auch wirklich er ist und einfach schönes der das Bett macht aber er hat Eisenschädel oder mit dem Bogen schon wieder fängt er an hast du wo was ist das weiter weiter und die heist die 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 ja schöne Aufnahmen würde ich sagen Gruß an Dich wenn du dich hier hörst in der Aufnahme war wirklich schön mit dir du hast echt gut gespielt würde ich sagen bis zum nächsten Mal Ciao 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 dew